Dagi Bee ging gestern live auf Instagram und beantwortete Fanfragen. Doch die meisten User wollten nur wissen, was mit Bibi los ist. Dagi ist genervt von den Fragen. Warum kriege ich solche Fragen? Ist Bibi schwanger? Ja, ich bin die Frauenärztin von Bibi und ähm, ja, sie ist ähm, eben, ach Leute ey, woher soll ich das denn wissen? Das Video von Bibi hat Dagi aber gesehen, denn sie gibt den Fans ein paar Tipps. Wartet doch einfach ab, was ihr euch zu sagen habt und spekuliert nicht, so, so tausend Sachen aus so einem 16 sekündigen Video, chillt doch einfach, sie lebt doch bestimmt am Donnerstag ein Video, dann könnt ihr euch das doch angucken. Na dann sind wir aber mal gespannt, ob am Donnerstag wirklich Bibis großes Geheimnis gelüftet wird. Gewusst? Duggys verlobter Eugen hat jetzt aus Versehen das genaue Hochzeitsdatum verraten. Alle Infos dazu erfährst du im Link in der Infobox. Für mehr spannende Videos lass uns ein Abo da und für alle News zu Dagi & Co. abonnier uns einfach kostenlos auf WhatsApp. Wie das geht erfährst du ebenfalls im Link in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.